Ein Sommerabend in einem Vorort von Paris. Ein Mann steht an einer Straßenecke, späht die Avenue de la Liberation hinauf, trägt einen Hut und einen grau-grünen Regenmantel. Es ist 20 Uhr 8 am 22. August 1962. Langsam wird es dunkel, rechts und links von ihm ein paar Geschäfte, eine Tankstelle, ein Café. Da entdeckt dieser Mann, wonach er schon die ganze Zeit Ausschau hält. Der Autokonvoi des französischen Präsidenten nähert sich. Zwei schwarze Citroën-Limousinen rauschen heran, dahinter zwei Polizisten auf Motorrädern. Und jetzt schwenkt er wild eine Zeitung über seinem Kopf. Es ist das verabredete Signal an seine Komplizen. Die Zielperson wird gleich an ihnen vorbeifahren. Es ist der Politiker, den sie für einen Verräter halten und der heute sterben soll. Es ist der Tag des legendären Attentats auf Charles de Gaulle. Ein Tag, der die Geschichte Frankreichs verändern wird. An jedem Abend steht auch nicht nur der Späher alleine da, sondern fast ein Dutzend Männer haben sich darauf vorbereitet, dieses Attentat zu vollbringen und de Gaulle zu töten. Sie haben alles mitgebracht, was sie dazu benötigen sollten. Vollautomatische Waffen, Sprengstoff, Granaten und Molotow-Cocktails. Weil sie genau wissen, de Gaulle hat eine feste Routine. Und er beendet die Woche mit seiner Frau und seinem Schwiegersohn auf dem Weg zum Flugplatz und nimmt dort den Hubschrauber zu seinem Landsitz nach Colombais. Les deux églises. Und genau diese feste Routine machen sich zunutze, um dieses Attentat zu verüben. Und es kommt genauso, wie sie sich das ausgerechnet haben. De Gaulles Limousine nähert sich. In dem Moment springen zwei Attentäter aus einem gelben Kleintransporter, den sie am Straßenrand geparkt haben. Und sie feuern mit Maschinengewehren. Zwei Reifen der Präsidentenlimousine werden zerfetzt. Funken sprühen, als Kugeln den Asphalt treffen. De Gaulles Chauffeur aber, der behält die Nerven. Francis Marou, ja, legendär. Ehre wem Ehre gebührt. Der drückt aufs Gaspedal, macht das einzig Richtige raus, nur raus aus der Schusslinie. Aber noch sind sie nicht durch. Weil es gibt noch ein zweites Kill-Team. Einen zweiten Wagen. Und der nähert sich jetzt aus einer Seitenstraße. Der Plan ist, der Limousine von Charles de Gaulle den Weg abzuschneiden. Aber er ist zu langsam. Der Präsident rauscht durch. Eine letzte Salve trifft das Auto noch. Ein Fenster zersplittert. Und für einen kurzen Moment sieht es so aus, als würde Charles de Gaulle zusammensacken. Und einer der Attentäter sagt noch zu seinem Komplizen, du hast ihn erwischt. Aber er irrt sich. Charles de Gaulle hat sich nur rechtzeitig geduckt. Und obwohl an diesem Tag, in diesen 40 Sekunden, 150 Schüsse abgefeuert werden, ist de Gaulle dem Tod entronnen. Und der Präsident weiß auch, warum das schiefgelaufen ist aus Sicht der Komplizen. Weil sie nämlich geschossen haben wie die Schweine. Und er hat auch einen etwas ernsteren Kommentar. Diesmal war es knapp. Ja, diesmal. Weil es war nicht der einzige Attentatsversuch auf Charles de Gaulle. Es war nur der Versuch, bei dem er dem Tod am nächsten gekommen ist. Es gab insgesamt 30, rund 30 Attentatsversuche. Darunter auch einen Versuch, wo man Hunde mit Sprengstoff bestückt hat. Das hat nicht funktioniert. Details kenne ich nicht. Aber es klingt wie eine sehr schlechte Idee. Und de Gaulle, könnte man jetzt meinen, muss ständig in Todesangst gelebt haben. Hat er aber nicht. Er hat sogar auf dieses Attentat mit sehr viel Kaltblütigkeit reagiert. Ja, de Gaulle kommt aus einer Generation und hat eine Karriere beim Militär hinter sich und war öfter im Einsatz im Krieg und unter Feuer, wie man gesagt hat, wurde verletzt und war in vielen militärischen Operationen. Militär war ein bisschen seine Welt und auch tatsächlich die militärischen Kampfhandlungen. Insofern hat er da nicht keine Anzeichen von einem Trauma oder Schock gezeigt nach solchen Attentaten, die manchmal jede Woche zu erwarten waren. De Gaulle war ein alter Militär. Er war General. Er war der Mann, der Frankreich im Zweiten Weltkrieg geführt hat. Das freie Frankreich. Der Rest war ja von Deutschland besetzt. Und damit hat er sich zur Legende gemacht. Und ich würde sogar sagen, und da würden mir viele Französinnen und Franzosen zustimmen, er ist einer der wichtigsten Franzosen der Geschichte. Man kann ihn eigentlich nur mit Napoleon Bonaparte vergleichen. Er selber hat sich sehr gerne mit Tim von Tim und Struppi verglichen, weil er sagt, er ist eben auch eher klein. Also er meinte jetzt Frankreich nicht seine körperliche Statue und trotzdem in der ganzen Welt immer siegreich mit List und Tücke. Und das Besondere ist aber eben auch, dass sein Werk, die die Verfassung der Fünften Republik eben bis heute die Politik prägt. Und wenn man Französische Nachrichten ein bisschen verfolgt, dann trifft man eigentlich dauernd jede Woche auf irgend so ein von De Gaulle hinterlassenes Problem. Also das ist auch manchmal Fluch und Segen. Wir erzählen heute, wie Charles de Gaulle zum Mythos wurde und zur Hassfigur und warum sich französische Politikerinnen und Politiker bis heute auf ihn berufen. Wer verstehen will, wie unser Nachbar Frankreich tickt, der muss diese Geschichte kennen. Ich bin Joachim Telgenbüscher. Ich bin Yitz Minkmao. Und das ist, was bisher geschah von Wondery. In dieser Folge geht es um den berühmtesten Franzosen des 20. Jahrhunderts. Es geht um einen General, der im Zweiten Weltkrieg Frankreichs Ehre gerettet hat, der als Befreier in Paris eingezogen ist, obwohl am Anfang die Chancen denkbar schlecht gestanden haben. Um einen Mann, den die einen als Held verehrt und die anderen erbittert als Verräter gehasst haben. Und es geht um die Frage, was ein einzelner Mensch in der Geschichte bewirken kann. Denn unser Nachbarland, so wie wir es heute kennen, das ist zum großen Teil seine Schöpfung. Das ist General de Gaulle, der Mann und der Mythos. Nils, du bist in der Geschichte. Du bist ja großer Frankreich-Fan. Du bist auch Franzose. Das darf ich, glaube ich, in diesem Rahmen verraten. Biazure. Biazure. Und deswegen kennst du wahrscheinlich die Geschichte, die ich gleich erzählen werde. Ich muss sie aber erzählen, weil es meine absolute Lieblingsanekdote über Charles de Gaulle ist. Und gleichzeitig ist es auch die erste historische Quelle, die Charles de Gaulle eigenhändig verfasst hat. Es ist ein Aufsatz, den er als 15-Jähriger geschrieben hat, im Jahr 1905. Der Text schildert eine Zukunftsvision. 1930er Jahre. In Europa herrscht Krieg. Frankreich ist in Gefahr. Da erscheint ein Retter und führt die Grande Nation zum Sieg. Sein Name General de Gaulle. Ja, diese Aufsätze sind ja in der Zeit üblich gewesen. Wir kennen das auch von den Memoiren von Jean-Paul Sartre. Der hat sich auch als Kind immer schon imaginiert, was er mal für tolle Abenteuer und Rollen einnehmen könnte später im Leben. Unterschied ist, dass es bei Sartre eben nicht wahr geworden ist in dem Maße, aber bei de Gaulle eben schon. Insofern ist dieser Aufsatz immer, das ist völlig verblüffend, das zu lesen. Und was ich daran auch so bemerkenswert finde, ist, dass da diese Leitmotive schon aufscheinen, die de Gaulles Leben dann bestimmen werden. Also die Vorstellung von Frankreich als Grande Nation. Der Krieg als Beruf. Er wird ja später General. Und vor allem die Überzeugung, dass er in historischer Mission unterwegs sein wird. Also dass er in irgendeiner Weise dazu auserkoren ist, Frankreich zu führen. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir erstmal die Frage beantworten. Wo kommt de Gaulle eigentlich her? Er geboren wurde am 22. November 1890 in Lille. Und der Vater war ganz entgegen dem, was man erwarten könnte, war überhaupt gar kein Militär. In der Familie gab es wenig Militärisches. Sein Pfarrer war Lehrer. Lehrer für Latein, Philosophie und Literatur in einer renommierten Jesuitenschule. Und war später auch Schulleiter. Es war also ein wirkliches Bildungsbürgertum, dass das politisch sozusagen alles andere als links war, sondern sehr katholisch und mit starken Sympathien auch für die Monarchie. Einer der berühmtesten Sätze, den de Gaulle je geschrieben hat, das ist der erste Satz seiner Memoiren. Und da heißt es, mein ganzes Leben lang hatte ich eine bestimmte Vorstellung von Frankreich. Ich denke ja bei Frankreich immer, das ist die Grande Nation. Also ist das diese Idee von Frankreich, dass Frankreich in irgendeiner Weise groß sein muss, ruhmvoll, strahlend? Ja, interessanterweise weiß das niemand so genau, weil Charles de Gaulle in der Tat genialer Politiker war, aber eben auch ein Schriftsteller. Mein Großvater war Franzose, 1918 geboren. Der hat mir, ich würde nicht sagen jeden Tag, aber sicher einmal pro Woche gesagt, dieser Satz, in certaine idée de la France, was soll das eigentlich heißen? Ja, was meint de Gaulle eigentlich damit. Also viele haben diesen Trick auch durchschaut, aber es ist auf jeden Fall die Grundlage für den Mythos von Charles de Gaulle. Damit wir uns ein bisschen vorstellen können, wie Charles de Gaulle ausgesehen hat. Er war 1,95 Meter groß, ungefähr 30 Zentimeter größer als der Durchschnitts-Franzose damals. Ich habe eine Beschreibung gelesen, die geht mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Er habe sich bewegt wie eine hölzerne Marionette. Also ein bisschen ungelenk, wusste oft nicht, wohin mit seinen Armen schlagsig und fast so ein bisschen Augsburger Puppenkiste. Ist so das Bild in meinem Kopf. Ja, er nannte sich oft oder hat sich mit ähnlich großen Menschen, die selten waren, ausgetauscht über das Schicksal von uns Riesen, hat er gesagt. Wir Riesen. Klar, wenn er den Raum betreten hat, war er immer, zumal in Uniform, die haben ja noch diese Mütze, diesen Kipi, auf dem Kopf hat er immer alle Blicke auf sich gezogen. Sowohl zum Positiven wie zum Negativen. Wir haben schon über diesen Aufsatz gesprochen, wo er sich als 15-Jähriger, ja als General gesehen hat und da überrascht es nicht, dass er dann auch eine militärische Karriere angestrebt hat und er hat auch relativ schnell eine Gelegenheit bekommen, sich zu beweisen, weil im August 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus und er hat sofort mitgekämpft. Der Erste Weltkrieg hat sich auch ganz anders entwickelt, als es geplant war, vom großen Aufbruch am Anfang oder man dachte, das wird sich doch auf so oder so schnell regeln lassen, wurde ein entsetzlicher Stellungskrieg, der gerade in Frankreich unheimlich viele Todesopfer gekostet hat und in Deutschland auch. Und für De Gaulle persönlich, und darauf wollen wir uns ja heute konzentrieren, war es ein einziger Flop. Also er dachte, er wird da der Held und wie in seinem kindlichen Aufsatz wird er da große Dinge vollbringen. Aber das Gegenteil war der Fall. Er hat da eine Reihe von Aktionen gemacht, die, wenn man sich die genauer anschaut, schwer nachzuvollziehen sind und er gerät in deutsche Gefangenschaft und bleibt da im Wesentlichen im Krieg. Das heißt, er hat nichts von Heldenruhm, er stirbt auch nicht in Heldentod, sondern er vegetiert da mehr oder weniger nutzlos vor sich hin, versucht immer wieder auszubrechen, wird immer wieder eingefangen. Das heißt, es läuft ganz anders, als er sich das vorgestellt hat. Nach dem Krieg bleibt er beim Militär, Zwischenkriegszeit, die Franzosen haben den Krieg gewonnen. Da hat er auch einen mächtigen Förderer, das ist der Held von Verdun, das ist Marshal Pétain, der wird später auch noch wichtig. Und in dieser Zwischenkriegszeit, da sind für diese Folge jetzt eigentlich nur zwei Dinge wichtig. Das eine ist, De Gaulle ist ein Visionär. Er ist überzeugt, dass es bald, recht bald, vor allem dann zumal als Hitler an der Macht ist, einen neuen Krieg gegen Deutschland geben wird. Und wo er auch sehr hellsichtig ist, das ist die Frage, wie dieser Krieg geführt werden wird. Denn er sagt, das wird ganz anders sein als der Erste Weltkrieg, Stellungskrieg, sondern es gibt die Panzer jetzt als neue Waffe und es wird dazu führen, dass da wieder Bewegung reinkommt. Und er sagt, Frankreich muss sich darauf vorbereiten, muss auch Panzerverbände aufstellen, so wie Hitler-Deutschland das dann tut. Das Ding ist nur, die Franzosen hören nicht auf ihn. Frankreich wird zu einem pazifistischen Land. Die Leute haben das satt, den Heldentod und die nationale Glory und diese Sachen. Damit soll Schluss sein. Man mag sich verteidigen, aber man will sicher keine Offensivwaffen mehr pflegen und kein Geld mehr da reinstecken. Und De Gaulle erkennt, aber das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Flugzeug und Panzer. Darin müssen wir unser Geld stecken. Kein Mensch will auf den Mann hören. Er schreibt aber ein Buch, wo er sozusagen die Panzerwaffe als Waffe der Zukunft lobt. Das wird ins Deutsche übersetzt und wir wissen ganz genau, Adolf Hitler hat das auch gelesen. Hatte er in seiner Bibliothek. Ist jetzt nicht der Grund, warum er Panzerdivisionen aufgestellt hat, aber De Gaulle war da sozusagen rein militärstrategisch den Deutschen sehr viel näher als den Franzosen. Die Franzosen, die hören aber nicht auf Charles De Gaulle. Und die Rechnung, die bekommt die Regierung am 1. September 1939. Da bricht doch ein Krieg aus. Die Deutschen überfallen Polen. Und das ist leider ein ziemlicher Geniestreich, was die Deutschen da vollbringen. Es ist nicht so ganz das, was Charles De Gaulle vorhergesagt hat, aber das Mittel, das hat er vorausgesehen, weil das wichtigste Element dieser deutschen Offensive sind Panzerdivisionen, die also schnell die Verteidigungslinien durchbrechen. Und diese Offensive überrumpelt die Franzosen und ihre Verbündeten komplett. Da habe ich auch wieder eine Anekdote aus meinem Familienschatz, mein Großvater wieder zu erwähnen, war Pilot Aufklärer. Und einer seiner Kameraden, anderer Aufklärer meldete das, dass die Deutschen mit ihren Panzerverbänden über die Ardennen kommen. Das war damals die Zeit, man hatte ja keine Drohnen und keine Satelliten. Und dann wurde dieser Aufklärer, der das gemeldet hat, freigestellt. Man hat gesagt, mein armer Mann, Sie sehen da Dinge, die gar nicht möglich sind. Sie machen jetzt mal Pause, damit sich Ihre Nerven wieder beruhigen. Sie leiden offenbar unter Halluzinationen. So war das französische Militär damals drauf. Völlig überrascht. Und De Gaulle wusste, was abgeht. Aber alle anderen wollten es nicht wissen, konnten es nicht wissen. Bis heute eine offene Frage jedenfalls das Resultat ist, dass Frankreich in ganz kurzer Zeit überrannt wird. Und danach war klar, Frankreich hat eigentlich diesen Krieg verloren. Charles de Gaulle, der steigt in diesen letzten Wochen nochmal bis zum Regierungsmitglied auf. Er wird Unterstaatssekretär für nationale Verteidigung. Aber er kann das Ruder auch nicht mehr herumreißen. Am 14. Juni fällt Paris. Am 16. Juni tritt die Regierung zurück und übergibt an einen alten Bekannten, nämlich Charles de Gaulles alten Mentor Philippe Pétain, den Held von Verdun. Aber der ist mittlerweile in ein ganz anderes Lager gewechselt. Der will nicht mehr kämpfen. Der will einen Waffenstillstand mit den Deutschen. Ja, er sieht die Situation realistisch. Philippe Pétain auch eine ganz, ganz komplizierte Figur und auch das Verhältnis zwischen Pétain und de Gaulle. Philippe Pétain war der Mann, der für die Soldaten in Verdun nicht nur den Sieg errungen hat, sondern auch die Lebensbedingungen unheimlich erträglich gemacht hat durch bessere Versorgung, durch ein Rotationssystem. Das heißt, er gilt so als guter Vater der Soldaten, der nur ihr Bestes will und der sieht, kämpfen bringt nichts. Die Frage ist auch, wie ideologisch er sich auch den Nazis anschließt. Denn viele natürlich im französischen Generalstab und im französischen Militär waren auch auf jeden Fall gegen die Kommunisten und hatten große Sympathien für die extreme Rechte und waren auch viele Antisemiten. De Gaulle war nicht so und die beiden haben sich entzweit und beide werden die Gesichter der Lager sein, die den weiteren Verlauf des Krieges prägen. Absolut richtig. Für Charles de Gaulle ist jetzt eine Sache völlig klar. Er flieht vor dem Vormarsch der deutschen Truppen in den Südwesten Frankreichs und ihm bleibt jetzt keine andere Möglichkeit mehr. Er muss Frankreich verlassen und deshalb steigt er in Bordeaux, ins Flugzeug. Und während er noch in der Luft ist, da ertönt am Boden aus unzähligen Radios knisternd die Stimme von Marschall Philippe Pétain, der seit kurzem Regierungschef ist. Und er sagt, Franzosen, ich teile Ihnen heute mit schwerem Herzen mit, dass es Zeit ist, den Kampf zu beenden. Ich habe mich diese Nacht an den Gegner gewendet, um ihn zu fragen, ob er bereit ist, zusammen mit uns, unter Soldaten, nach dem Kampf und in Ehre die Mittel zu suchen, um den Feindseligkeiten ein Ende zu setzen. Für Pétain ist der Krieg vorbei, für de Gaulle noch lange nicht. Und deswegen will er ja Pétains Botschaft, dieser defetistischen Botschaft auch was entgegensetzen. Und es sind ja gerade diese Tage, Wochen und dann auch Monate, in denen der Mythos erst richtig entsteht, also der Mythos Charles de Gaulle. Ich habe in Vorbereitung auf diese Folge eine aktuelle de Gaulle-Biografie gelesen von dem Briten Julian Jackson. Tolles Buch. Er schreibt diesen schönen Satz, der das Podcasterherz erwärmt. De Gaulle war eine Stimme, bevor er ein Gesicht war. Der ist auf jeden Fall ein Medienphänomen, das muss man sagen. Und einer seiner Gegner hat später mal gesagt, es ist die BBC, die de Gaulle gemacht hat. Und da ist wirklich was dran. Er landet in London und das Erste, was er macht, ist, er trifft Churchill und sagt, ich möchte gerne eine Ansprache halten, die die BBC auch nach Frankreich aussendet. Und dieser Text, das ist de Gaulles Antwort auf Pétains Mitteilung, wir schließen jetzt einen Waffenstillstand mit den Nationalsozialisten, mit Deutschland. Und de Gaulle beginnt erstmal, ja, das war eine feindliche Übermacht, die uns da in die Knie gezwungen hat. Also Frankreich war nicht per se das schwächere Land. Und dann kommt er zum Aber. Aber ist das letzte Wort gesprochen? Muss die Hoffnung weichen? Ist die Niederlage endgültig? Nein! Glauben Sie mir, der ich in Kenntnis der Sache zu Ihnen spreche, dass für Frankreich nichts verloren ist. Dieselben Mittel, die uns überwältigt haben, können eines Tages den Sieg herbeiführen. Denn Frankreich ist nicht allein. Es ist nicht allein. Dieser Krieg ist ein Weltkrieg. Was auch geschieht, die Flamme des französischen Widerstands darf und wird nicht erlöschen. Und dann fügt er noch einen Aufruf hinzu, also alle Franzosen, die nicht im besetzten Heimatland sind, sollen zu ihm kommen und dann werden sie zusammen weiterkämpfen. Toll. Es ist eine Wette, Wette auf die Zukunft. De Gaulle ist damals fast unbekannt in Frankreich. Er ist ein echter Nobody. Er hat keine reichen Gönner. Die Armee steht nicht hinter ihm. Die öffentliche Meinung steht nicht hinter ihm. Er hat keine Partei hinter sich. Das heißt, das Einzige, was er tatsächlich hat, ist diese Fähigkeit, Radioansprachen zu halten. Und da versucht er sozusagen in Frankreich was zu wecken. Frankreich ist ja die Lage verzweifelt und man sucht irgendwie nach einer Deutung und die bietet De Gaulle an. Aber er ist natürlich weit weg in London und im Grunde können ihm nur ganz wenige folgen. Folgen ihm auch nur ganz wenige. Und wenn man den Erfolg eines Podcasts an den Hörerzahlen misst, dann war das auch kein erfolgreicher Podcast. Weil ich habe gelesen, das haben damals erst mal nur ganz wenige Leute gehört. Ja genau, man kam überhaupt nicht auf die Idee, da die BBC einzuschalten. Und von De Gaulle hat eh noch niemand gehört. Man wusste gar nicht, was da richtig kommt. Das heißt, das war ein sehr übersichtlicher Start. Ja, man muss sich das so vorstellen, was De Gaulle da im Juni, im Sommer 1940 in London aufbaut. Das ist wie so ein Startup, so eine Art Freiheitsstartup. Also dieses freie Frankreich, das er da sozusagen beschwört. Das passt am Anfang in so eine Art Garage oder in seine Londoner Wohnung. Das sind nur ganz wenige. Aber trotzdem mit ganz viel Hartnäckigkeit und auch mit viel Kampfgeist und schafft er es wirklich in den nächsten vier Jahren, diese Prophezeiung, die er in diesem Appell vom 18. Juni entworfen hat, wahr werden zu lassen. Weil am Ende kommt es ja so. Also der Krieg ist nicht vorbei durch die französische Niederlage. Die Engländer können auf die Wirtschaftskraft der USA zählen. Und am Ende wird Hitler-Deutschland besiegt. Viel wichtiger als London, wo er tatsächlich nur sein Radiomikrofon hatte und sein Büro und gewohnt hat, waren die französischen Besitztümer in Afrika. Die France d'Afrique hat sich auf die Seite von de Gaulle und des Freien Frankreich geschlagen und hat Rohstoffe, Männer und Hilfe geliefert. Auch gerade um diese rassistische Doktrin der Nazis zu kontern. Und das wird gerne vergessen. Man denkt immer an London und so weiter, aber es waren die Menschen in Afrika, die ihn da wirklich gerettet hatten. Jetzt ist es leider so, dass uns die Zeit fehlt in dieser Folge über dieses vierjährige Drama, das sich da abspielt, um de Gaulle, um das wirklich auszuerzählen. Deswegen jetzt ein ganz radikaler Zeitsprung in den August 1944. Da, wo nämlich de Gaulle dann die Früchte dieses Kampfes erntet. Und er erntet sie natürlich in Paris auf den Champs-Élysées. Ganz berühmtes Foto, wie da dieser etwas schlagsige General ein Bad in der Menge nimmt. Ich werde nochmal einmal kurz meinen inneren Charles de Gaulle channeln, weil ja hält natürlich auch in der Stunde der Befreiung eine Rede. Ich zitiere mal ganz kurz. Paris. Paris wurde beleidigt. Paris wurde gebrochen. Paris wurde gepeinigt. Aber Paris ist befreit. Es hat sich selbst befreit. Befreit durch sein Volk mit Hilfe der französischen Armee und mit der Unterstützung von ganz Frankreich. Von jenem Frankreich, das kämpft. Vom einzigen Frankreich. Vom wahren Frankreich. Vom ewigen Frankreich. Eine Ansprache, die er mit sehr viel Emotion gehalten hat, fast den Tränen nahe. Und diese Worte, gerade auch die Erinnerung an das, was man da durchlitten hatte in der Besetzung durch die Nazis und durch das Deutsche Reich, sehr, sehr stark zugleich auch gelogen. Also das Frankreich hat sich nicht durch seine Armee befreit und hat sich auch nicht selbst befreit, sondern wurde befreit durch die Hilfe der Alliierten, der Briten, Kanadier, Amerikaner, die ihr Leben gelassen hatten. Die französische Armee allein, auch die Résistance allein hat zwar den Boden dafür vorbereitet, aber hätte das nicht geschafft. Er denkt, wir müssen unbedingt schaffen, in den Kreis der Siegermäche zu kommen. Wir müssen wieder auf der Weltbühne mitspielen. Er weiß, das ist jetzt der Sommer, auf den es ankommt, auf den wir die Zukunft schon vorbereiten. Die Grundlagen unter Trickster gnadenlos. Es ist eine Lüge, die die Franzosen aber sehr gerne glauben. Und sie machen ihn auch zum Regierungschef. Also 1945 ist de Gaulle der mächtige Mann. Kurz der Vollständigkeit halber Marshal Pétain, der mit den Deutschen kollaboriert hat, der wird zum Tode verurteilt und dann begnadigt später, weil er auch ein schon uralter Mann ist. Aber de Gaulle, jetzt ist ja wirklich das Gesicht und die Stimme Frankreichs. Nur diese neue Rolle, also die liegt ihm gar nicht. Er ist ja auch kein Teamplayer, kann jetzt nicht mit einer Partei, mit einer Fraktion oder mit anderen Parteien zusammenarbeiten. Der kalte Krieg droht. Die Kommunisten werden sehr stark. Amerikaner sitzen ihm deswegen im Nacken. Das heißt, er hat so ganz schwierige und sehr, sehr komplizierte Themen, die enorm viel Detailarbeit erfordern vor sich. Und der Frust ist bei ihm dann enorm. Und seine Lösung ist, er schmeißt hin. Also 1946, im Januar 1946 tritt er schon zurück. Er gründet dann nochmal so eine Bewegung und hält so Massenveranstaltungen ab. Aber eigentlich ist klar, dass er sich aus dieser Politik verabschiedet. Und Anfang der 50er Jahre geht er dann wirklich in die Wüste, wie er nennt. Also er zieht sich zurück in sein Landhaus in Colombie-les-Dues-Iglises. Da schreibt er seine Memoiren. Wäre ein Bestseller. Er geht dann ja auch schon so auf die 70 zu. Es scheint Charles de Gaulle, der Mann für die Krise, der General und Retter, der scheint ausgedient zu haben. Das Land benötigt keinen Helden mehr. Aber ist das wirklich so? 1. November 1954 gegen 7 Uhr morgens. Im französisch beherrschten Algerien, da beginnt ein neuer Tag. Und dieser Tag wird als Toussaint Rouge in die Geschichte eingehen. Als blutiges Allerheiligen. Rund 500 Kilometer südöstlich von Algiers, da liegt eine Schlucht. Die liegt an diesem Morgen noch im Schatten. Aber auf der Straße, die durch diese Schlucht führt, da ist schon ein Bus unterwegs. Und darin sitzen nicht nur einheimische Bauern auf dem Weg in die nächste Stadt, sondern auch ein junges französisches Ehepaar, die Monoros. Zwei Lehrer. Sie sind nach Algerien gekommen, um dort zu unterrichten. Und an diesem Morgen werden sie begleitet von einem algerischen Lokalbeamten, einem Kaid. Und plötzlich stoppt dieser Bus. Die Fahrbahn ist versperrt. Steine liegen da drauf. Und daneben stehen bewaffnete Männer. Rebellen. Sie gehören zu einer Organisation, die sich mit den Buchstaben FLN abkürzt. Das steht für Front de Libération Nationale. Nationale Befreiungsfront. Diese Kämpfer wollen Algerien von der französischen Herrschaft befreien. Und sie haben an diesem Tag ein Manifest veröffentlicht. Es sei jetzt endlich an der Zeit, dass die Entrechteten zurückschlagen. Die Nationale Bewegung, so heißt es in diesem Text, habe die letzte Phase ihrer Verwirklichung erreicht. Und es sei die Pflicht aller Algerier, ihr Land zu retten und zu befreien. Ja, und das sind keine leeren Worte. Denn an diesem Tag schlagen sie an Dutzenden von Orten zu und machen auf sich aufmerksam mit selbstgebauten Sprengsätzen, mit Gewehren, legen Feuer, Land auf, Land ab, gibt es Explosionen. Vor allem greift man Gendarmerie-Armee-Kaserne an, aber auch Telegrafenmasten. Und Telefonleitungen werden zerstört. Es sind insgesamt an diesem Tag ungefähr 70 Attacken. Genau, das Hauptziel sind Polizisten und Soldaten. Aber sie treffen eben auch Unschuldige. Als dieser Bus in der Schlucht angehalten hat, da müssen die Monoros und der Kaid aussteigen. Was dann genau passiert, weiß man nicht. Eigentlich hat die FLN strenge Order, Zivilisten zu verschonen. Aber es fallen Schüsse und der Kaid und Guy Monoro sterben. Janine Monoro überlebt schwer verletzt. Die beiden sind zwei der sieben Toten, die diese erste Offensive der FLN in Algerien fordert. Und das blutige Allerheiligen, das ist erstmal nur der Auftakt der Gewalt. Ja, das alles ist in Algerien 1954 passiert. Und da flackert erneut ein schwelender Konflikt auf zwischen der französischen Besatzungsmacht und den algerischen Einheimischen. Und das wird Frankreich noch viele, viele Jahre beschäftigen und letztlich de Gaulle zurück an die Macht bringen. Ja, Frankreich ist ja nicht nur Frankreich, so wie wir es heute kennen damals, sondern Frankreich hat damals noch ein großes Kolonialreich. Indochina, das heutige Vietnam, Laos und Kambodscha, das haben sie nach einem blutigen Krieg gerade erst verloren, 1954. Aber weite Teile Afrikas gehören noch zu Frankreich, also stehen unter französischer Kontrolle. Und dann gibt's da ja noch Algerien. Und Algerien ist was ganz Besonderes. Da ist Rückzug keine Option. Ja, 1830 wurde Algerien durch Napoleon III. damals kolonisiert und hatte so einen Zwischenstatus. Es ist keine richtige Kolonie, sondern es ist ein Teil Frankreichs, ein echtes Departement. Allerdings haben die einheimischen Bewohner, also die Muslime Araber und Berber, sind ja ganz verschiedene Ethnien und Völker, die in Algerien leben, haben nicht den völligen Staatsbürgerstatus bekommen. Das heißt, sie haben nicht alle Rechte, die die Franzosen auch haben. Und es ist so ein Zwischenreich. Also von allem das Schlechteste, kann man sagen. Sie sind sehr unmündig, müssen aber auch sehr viele Leistungen erbringen für Frankreich, insbesondere militärisch. Sie müssten im Ersten und auch im Zweiten Weltkrieg unheimlich viele algerische Soldaten ihr Leben lassen. Auf der anderen Seite haben sie aber null Anerkennung und sehr, sehr wenig Mitsprachemöglichkeiten bei der Gestaltung ihres Lebens. Und es gibt verschiedene Versuche von Seiten der Algeria, friedliches Zusammenlegen anzubahnen. Das wird aber, muss man sagen, von den französischen Siedlern torpediert. Französischen Siedler sind ganz divers zusammengesetzt und auch ganz arme Schlucker dabei. Das sind nicht alles so reiche Plantagenbesitzer. Aber sie hängen halt sehr stark an ihren Privilegien, die auf einem mehr oder weniger offenen Rassismus gründen. Und deswegen will man das nicht aufgeben. Französische Siedler, das klingt so, als sei es ein Paar. Es gibt eine Million Algerien-Franzosen in Algerien. Und die nennt man auch die Pieds-Noirs aus einem Grund, den ich nicht kenne, also Schwarzfüße. Und die stehen neun Millionen Einheimischen gegenüber. Also wir sprechen hier von einer Million Franzosen in Algerien. Und das macht es eben auch so besonders. Aber erstmal geht nach diesem Toussaint Rouge, nach diesem blutigen Allerheiligen, geht es erstmal in gewaltsame Jahre hinein. Also die FLN, die führt ja so einen Guerillakrieg gegen die Franzosen. Und die französische Armee reagiert ja mit brutaler Härte. Also da werden ganze Dörfer ausgelöscht. Man vermint die Grenzen zu Tunesien und Marokko, damit da keine Waffenlieferungen durchkommen. Und vor allem, man setzt auf Folter. Frankreich ist das erste Land, das in so eine Situation gerät und gleich alle Fehler macht und Verbrechen begeht, die auf dem Rückzug sich befindliche Kolonialmächte nun begehen. Später sind die Amerikaner im Irak, in Abu Ghraib, in so eine ähnliche Situation geraten, weil man eben aus militärischer Hybris denkt, man könnte alles mit der Armee lösen. Und in Wahrheit begeht man schlimmste Menschenrechtsverletzungen und verwirkt seinen ganzen moralischen Anspruch, den man ja mal hatte. Und viele der Opfer auf algerischer Seite sind uns gar nicht mehr bekannt, die Namen sind gar nicht mehr bekannt. Und tatsächlich in dem Augenblick, als die Franzosen anfingen, unheimlich zu foltern, was ja eigentlich in der französischen Tradition Michel de Montaigne, der große französische Philosoph, begründet, auch die Ablehnung der Folter und der universalen Menschenrechte. Das heißt, Frankreich verrät seine Ideale selbst und da kennt auch das algerische Gegenüber kein Halten mehr. Ja, dieser Krieg, den die Franzosen, glaube ich, nicht so nennen, der vergiftet diese Republik. Und das politische System ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, diese Krise zu lösen. Weil, wenn wir jetzt ins Jahr 58 springen, Frühjahr 1958, also gut drei Jahre nach diesem Toussaint Rouge, nach dem Beginn dieses Konflikts in Algerien, die Offensive der FLN, also der algerischen Freiheitskämpfer. Da nähert sich diese Krise dem Höhepunkt. Die Armee, die wird immer unregierbarer, die macht ihr Ding, ist äußerst brutal und allmählich entsteht in der Regierung so der Gedanke, ich glaube, wir müssen hier raus. Das wiederum erschreckt natürlich die Algerien-Franzosen. Plötzlich steht die Angst im Raum, werden wir hier zurückgelassen? Werden wir verraten vom Mutterland? Und sie sind dazu bereit, wirklich alle Regeln zu brechen. Weil nämlich am 13. Mai 1958 die Armee in Algier putscht. Sie stürmen Regierungsgebäude, rufen eine Revolutionsregierung aus. An der Spitze eben Generäle, die vorher jahrelang diesen Krieg geführt haben gegen die algerische Freiheitsbewegung. Und sie wollen eben dieses Algérie-Français bewahren. Und das ist jetzt eine Krise. Aber am 15. Mai 1958, fear no more, weil da meldet sich Charles de Gaulle zu Wort und er veröffentlicht ein kurzes Kommuniqué. Ich zitiere mal, in der Vergangenheit hat unsere Nation aus der Tiefe ihres Herzens ihr Vertrauen in mich offenbart, dass ich sie zur Erlösung führe. Heute, im Angesicht der Prüfung, mit denen wir wieder konfrontiert werden, mache ich bekannt, dass ich bereit bin, die Macht der Republik zu übernehmen. Ja, es ist wieder ein typischer De Gaulle, wie wir ihn ja jetzt schon kennengelernt haben, dass er eben in einer großen Ambiguität in so einem Zwischenreich operiert. Das heißt, er stellt sich gar nicht offen gegen die Armee oder gegen die Putschisten, sondern stellt sich nicht offen hinter die Politiker, sondern laviert. Er ist sein eigener Herr, aber jeder kann in ihm alles sehen. Das heißt, in der Algérie-Français, die Putschisten denken, aha, endlich mal auch ein General. Er wird auf unserer Seite sein. Und die anderen denken, ah ja, der ist der Einzige, der sich denen entgegenstellt. Was er wirklich vorhat, sagt er nicht. Er stellt aber eine Bedingung. Er will nur an die Macht zurück, wenn er wirklich auch Macht bekommt. Also wenn das Präsidentenamt gestärkt wird und dieses Parteienregime beendet wird. Aber wird die Regierung, werden die Parteien freiwillig De Gaulle solche Befugnisse übertragen? Ja, man darf nicht vergessen, er ist ja nicht irgendwie gewählt. Er ist ja kein Abgeordneter der Nationalversammlung, er führt keine Partei an, er hat keine Wahl gewonnen, er heißt gar nichts. Er ist in Wahrheit damals nur ein Rentner, der ein Buch geschrieben hat. Oh, das ist bitter, das ist hart. Gut, dass er das nicht hört. Es ist die Magic von De Gaulle, er ist auch 1940 irgendwie ein Soldat außer Diensten, aber durch die Rede, durch seine Bücher und auch hier wird er wieder auch alle modernen Medien nutzen, die zur Verfügung stehen, um sich da wieder in die erste Reihe zu reden. Aber nicht nur das, er braucht auch diese Drohkulisse der Putschisten in Algier, weil die wirklich einen Staatsstreich planen. Und am 24. Mai, also elf Tage nach dem Putschbeginn, da landen sie in Korsika, so auf der halben Strecke und nehmen Korsika in Besitz. Die Gendarmerie und die Armee, die in Korsika stationiert ist, sagen, wir werden niemals auf unsere Waffenbrüder, die aus Algerien kommen, das Feuer eröffnen. Das heißt, die schließen sich denen de facto an und wie wird der Rest der Armee in Frankreich sich verhalten, das war überhaupt nicht vorherzusehen. Also das ist schon wirklich eine krasse Sache und der Staatspräsident René Couty verkündet am Nachmittag des 29. Mai, im Glauben, dass eine Invasion dieser Putschisten kurz bevor steht, Da unser Land am Rande des Bürgerkriegs steht, habe ich mich an den berühmtesten Franzosen gewandt, an ihn, der in den dunkelsten Jahren unserer Geschichte unser Führer bei der Rückeroberung der Freiheit gewesen ist. Und dann fährt Charles de Gaulle zum Élysée-Palast, er wird zum Premierminister ernannt und er bekommt auch diese Rechte, die er gefordert hat. Also erstmal Vollmachten, ohne das Parlament zu regieren und vor allem auch eine neue Verfassung zu erstellen, die ihm auf den Leib geschneidert ist. Ganz genau, eine Verfassung, die bis heute gilt, wenn sie dann verabschiedet ist und bis heute für Probleme sorgt, weil man eben immer dieses Spannungsverhältnis hat zwischen dem starken Mann im Élysée-Palast und dem, was das Parlament darf, was es soll, was die Öffentlichkeit erwartet. Diese Präsidenten, diese Figuren enttäuschen regelmäßig, dann generieren sie wieder neue Hoffnungen. Das heißt, es ist so ein Auf und Ab, was Frankreich bis heute beschäftigt. Und die Gefahr ist immer, die man auch damals sah, dass ein einzelner Mann zu viel Macht in seinen Händen konzentriert. Ich denke mir bei dieser Geschichte von de Gaulle, das ist eigentlich folgt das komplett diesem Playbook, das man kennt von einem Militärdiktator. So großer Mann, General, nationale Krise soll das irgendwie retten und tut es auch, also kommt an die Macht und dann schafft er die Demokratie ab, schafft die Parteien ab, Parlamente. Aber das macht er ja gerade nicht, obwohl man das ja befürchtet. Also warum wird Charles de Gaulle kein Militärdiktator? Ja, wir haben ja auch schon gesehen, dass das Militärische bei ihm im Grunde immer nur auch ein bisschen so eine Rolle ist, dass er zwar gekämpft hat, aber die wesentlichen Teile seiner Karriere eher über die Medien und die Rolle in der Öffentlichkeit begründen konnte. Und ohne Zustimmung der meisten Franzosen hätte er nichts machen können. Das heißt, er muss sich immer wieder um die Gunst der Öffentlichkeit bemühen. Und als Diktator, ich meine 1954 war Frankreich schon auf dem Weg, ein modernes europäisches Land zu werden. Und de Gaulle selber war ein großer Freund von Meinungsfreiheit, großer Zeitungsleser, großer Freund von Literatur und dem, was sich so tut in der bürgerlichen Öffentlichkeit. Das heißt, er hätte nie und nimmer Interesse daran gehabt, er hätte es auch gar nicht gekonnt, glaube ich, als Diktator zu arbeiten. Und er wird ja berühmt mit dem Satz in der Pressekonferenz, warum soll ich die bürgerlichen Freiheiten abschaffen? Ich habe sie doch erst wieder eingeführt nach 1945 in Frankreich. Und glauben Sie, dass ich mit 67 Jahren nochmal eine Karriere als Diktator starte? Sehr gut. Diktator ist auch eine anstrengende Aufgabe. Er ist auch jetzt nicht Diktator, er ist Präsident der Fünften Republik. Also diese neue Verfassung, die da geschaffen wird, begründet auch eine neue Republik, die Fünfte Republik. Wir leben immer noch da drin. De Gaulle hat jetzt alle Macht, die er braucht. Eigentlich könnte er jetzt dieses Algerien-Problem lösen, könnte zeigen, dass er mehr drauf hat als seine Vorgänger. Das Problem ist nur, was ist seine Lösung? Und das weiß niemand. Und deshalb werden alle eine bittere Überraschung erleben. Wir sind jetzt im Mai 1958. Die Armee hat in Algier, der Hauptstadt Algeriens, geputscht. Und Charles de Gaulle hat diese Krise genutzt, um zurück an die Macht zu kommen. Er ist jetzt Präsident der Fünften Republik, hat weitreichende Befugnisse. Und ganz Frankreich und auch Algerien fragt sich jetzt, wie wird Charles de Gaulle diese Macht nutzen? Als erstes fährt er erstmal dahin, wo die ganze Schose, wie meine Oma sagen würde, angefangen hat, nämlich nach Algier. Und da hält er am 4. Juni natürlich eine Rede. Wir haben ja jetzt schon kennengelernt, dass de Gaulle vor allem gerne redet. Und diese Rede ist eine der ganz großen Reden des 20. Jahrhunderts. Eigentlich nur für einen Satz. Nämlich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Je vous ai compris. Ich habe euch verstanden. Ich habe verstanden, die auch wieder eine seiner großen Meisterleistungen ist, weil er eben, ja, jeder was anderes darunter versteht. Und die meisten Anhänger des französischen Algeriens, Algerie-Français, die in ihm also den Präsidenten sehen, den rechtmäßigen Herrscher auch über Algerien, verstehen, wenn er sagt, ich habe euch verstanden, dass er weiter die französische Herrschaft dort aufrechterhalten möchte und dort den Wunsch durch den Jubel ausgedrückt der Menschen in Algerien vernimmt und ihn respektieren wird. In Wahrheit wird er genau das Gegenteil davon tun und hat auch nie was anderes vorgehabt. Eigentlich eine klassische Management-Floskel heute. Ich verstehe sie, ich habe euch verstanden und so und dann mache ich trotzdem das, was ich vorhabe. Und jetzt kürze ich mal ab, er entscheidet sich, Algerien aufzugeben. Das ist ein längerer Prozess, das dauert ein paar Jahre. 1958, Mai, Juni, aber Ende 1960, Anfang 1961, da wird klar, dass de Gaulle wahrscheinlich das französische Algerien aufgeben wird. Und das schockiert natürlich die Algerien-Franzosen und auch die Armeespitze in Algerien. Und deswegen gründen die eine Untergrundarmee, eine Terrorgruppe mit dem Kürzel OAS, die Organisation de l'Armée Secrète, also die Organisation der Geheimarmee. Und dazu gehören auch ganz viele dieser Putschisten von 1958, also genau jene Männer, die Charles de Gaulle an die Macht gebracht haben. Und im April 1961, da offenbart sich de Gaulle. Da sagt er in einer Pressekonferenz, in der Welt von heute hat Frankreich kein Interesse daran, Algerien abhängig von ihm zu halten. In der Tat, das Mindeste, was man sagen kann, ist, dass Algerien uns mehr kostet, als es uns bringt. Jetzt ist klar, die OAS muss handeln, sonst geht das französische Algerien unter. Und das tut sie auch, sehr viel schneller und sehr viel heftiger, als Charles de Gaulle das wahrscheinlich vermutet. Weil am 22. April 1961, um halb drei nachts, da wird der Präsident aus dem Schlaf gerissen. In Algier, der Hauptstadt von Algerien, da gehen Dinge vor sich, sind so dramatisch, davon muss er sofort erfahren. Die eigene Armee erhebt sich gegen ihren Präsidenten. Zum zweiten Mal. Der zweite Putsch innerhalb weniger Jahre. Nur diesmal ist Charles de Gaulle nicht der Hoffnungsträger der Putschisten. Er ist der Präsident, gegen den geputscht wird. Und das sind wirklich Momente der Panik in Paris. Man sieht die Bilder von Panzern vor der Assemblée Nationale. Das ist schon sehr, sehr dramatisch. Auch in meiner Familie wurden diese Tage immer wieder oft erzählt, wo alle die letzten Waffen, die sie irgendwo hatten, hervorgeputzt haben, wieder hervorkenommen haben. Weil man dachte, jetzt ist endgültig Bürgerkrieg. Und das war wirklich eine sehr, sehr angespannte Situation. Und was macht de Gaulle in solchen Situationen? Die Situation, in der er sich am wohlsten fühlt oder am ehesten bei sich ist, erhält natürlich eine Rede. TV-Ansprache. Medienphänomen, Medienmann, Medienphänomen. Das neueste Medium ist eben jetzt das Fernsehen. Und da reüssiert er eigentlich auch ganz gut. Wie vorher in Artikeln oder in Print oder im Rundfunk ist auch ein Mann dieser Epoche des Fernsehens. Auf jeden Fall. Er nimmt sogar Schauspielunterricht. Also er nimmt Schauspielunterricht, um da gut rüber zu kommen. Am Anfang tritt er ungeschminkt auf, ein Fehler. Und dann holt er sich einen Make-up-Artist, der unter anderem auch für Brigitte Badeau arbeitet. Also holt sich die Profis. Und natürlich der Text sitzt auch. Er sagt nämlich, also er tritt bei dieser Ansprache in Armeeuniform auf. Also er verwandelt sich auch sozusagen äußerlich wieder in den Alten, in den Held des Zweiten Weltkriegs. Und er sagt, im Namen Frankreichs befehle ich, dass alle Mittel, ich sage alle Mittel, aufgewandt werden, um diesen Männern überall den Weg zu verlegen und sie auszuschalten. Ich verbiete allen Franzosen und insbesondere allen Soldaten, irgendeinem ihrer Befehle Folge zu leisten. Und das Finale ist auch legendär, mindestens so legendär wie, ich habe euch verstanden. Er sagt, Française, Française, aidez-moi. Französinnen und Franzosen, helfen Sie mir. Ja, das ist wirklich einer seiner berührendsten und genialsten Momente, weil er die Bevölkerung aktiviert auf seine Seite. Er zeigt in diesem Augenblick, dass er eben nicht der allmächtige Strippenzieher ist, der alles alleine wenden kann, sondern er braucht tatsächlich Hilfe. Ganz ehrlich gesagt, ich habe mir schon ganz oft gewünscht, dass Staatsfrauen und Männer auch einen solchen Appell formulieren. Weil ich glaube, dass wir viel zu sehr auch Demokratie immer so als Zuschauersport und als Dienstleistung sehen. Und solche aktivierenden Appelle macht auch was, macht was für mich, dass die auch ihre Wirkung entfalten würden, da bin ich mir relativ sicher. Und de Gaulle hat das schon sehr früh verstanden. Und er funktioniert auch, weil die Leute, du hast das ja auch aus deiner eigenen Familie geschildert, die Leute strömen zusammen und es wird relativ klar, der Putsch ist vorbei. Der fällt in sich zusammen und de Gaulle hat natürlich auch das ausgedeutet, auch ein Zitat, es gibt einen Faktor, den sie nicht berücksichtigt haben. Einen wesentlichen Faktor jedoch, der alle ihre Berechnungen ruiniert hat. Dieser Faktor ist de Gaulle. Na klar, er ist der berühmteste Franzose seiner Zeit. Er beherrscht die modernen Medien. Jeder sieht in ihm, was er sehen möchte. Das heißt, dieser unheimlich symbolische Einfluss auf die öffentliche Meinung und auf die Zivilbevölkerung, da können natürlich die Militärs irgendwie, die halt Männer sind der Vergangenheit, überhaupt nicht mithalten, zum Glück. Aber sie geben noch nicht auf, diese Terrororganisation, die OAS, die greift jetzt zum Terror. In Algerien vor allem, also da kommen schätzungsweise 12.000 Menschen ums Leben. Das ist brutal. Und es gibt auch Vergeltungsterror von der FLN, auch in Frankreich. Das ist ein ganz blutiges Kapitel, in das wir jetzt nicht tiefer einsteigen können. Und das besonders Traurige finde ich, das ist alles Vergebens, weil es ist längst klar, dass Algerien unabhängig wird und so kommt es dann auch. Also am 18. März 1962 wird in Evian ein Abkommen unterzeichnet, das dem Algerienkrieg ein Ende setzt, das dieses Land in die Freiheit entlässt. Die Franzosen stimmen dem mit überwältigender Mehrheit zu und damit wird eigentlich das französische Algerien abgewickelt. Und das ist auch kein angenehmer Prozess. Richtig, das Schicksal der Piennois, der Algerien-Franzosen ist wirklich mitleiderregend. Die großen vertriebenen Bewegungen mit ihnen ziehen auch viele Algerier, die auf französischer Seite gekämpft haben, im französischen Dienst standen. Die Arki, um die kümmert sich kein Mensch, aber auch um die Piennois wird sich nicht groß gekümmert. De Gaulle reagiert da sehr kühl. In Wahrheit ist das auch ein Produkt dieser OAS-Terror-Kampagne. Das heißt, dass die Algerien-Franzosen bis zum Schluss auch damit identifiziert wurden. Manche auch sicher zu Unrecht, dass sie eben dieser rechtsradikalen und rassistischen OAS die Treue gehalten haben. Und alle Versuche einer Verständigung, einer Kooperation, einer schrittweisen Übergabe, wo man zum Beispiel einen Plan, an dem Albert Camus gehängt hätte, dass man eben nach und nach schaut, wann ist Algerien soweit, den eigenen Laden zu schmeißen, dass man da gemeinschaftlich so eine Übergangszeit gestaltet. Das wurde zunichte gemacht durch die OAS. Also wenn man es sich genauer anschaut, machen die so einen Druck, dass nur noch dieser überhastete und relativ kühle Abbruch der ganzen Unternehmung übrig blieb. Und es hat zu enormen menschlichen Kosten geführt, die die französische Öffentlichkeit, ich würde sagen, fast bis heute beschäftigt haben. Ja, es ist ein Ende mit Schrecken. Und trotzdem gibt es immer noch Leute, die das nicht hinnehmen wollen. Und damit schlagen wir den Bogen zum Anfang dieser Folge, zum Attentat von Petit Clamart am 22. August 1962. Denn es gibt einen Mann, der so lose mit der OAS assoziiert ist, das ist ein Oberstleutnant der Luftwaffe, Jean-Marie Bastien Thierry. Und der sammelt eben ein Mordkommando und legt sich da an der Straße auf die Lauer. Und das ist kein besonders professionelles Kommando, weil da geht ganz viel schief. Die Waffen sind schlecht, haben Ladehemmungen, es ist zu dunkel, nämlich dieses Signal, die Zeitung, die er schwenkt, das sehen die zu spät, sie sind noch nicht bereit. Und deswegen scheitert dieses Attentat, deswegen überlebt de Gaulle. Und paradoxerweise freut er sich sogar über das Attentat. Er sagt nämlich, es hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Ja, de Gaulle steht damals auf dem Höhepunkt seiner Popularität und zugleich hat jeder Angst und sieht mit Schrecken, was die OAS da vorhat. Und denkt, er zieht einen Trumpf aus dem Ärmel und macht einen Vorschlag, der Frankreich wie immer verändern wird, nämlich die Direktwahl des Präsidenten. Das Volk soll also nicht mehr ein Wahlmännerkolleg wählen, das dann den Präsidenten wählt, sondern soll direkt abstimmen. Wird auch genannt, die zweite Gründung der fünften Republik. Das ist bis heute eine große Errungenschaft, weil die Stabilität des Präsidenten unvergleichlich ist in Europa. Auf der anderen Seite ist eben auch das das Problem, weil es die Parteien, das Parlament so erdrückt. Ja, das ist das genaue Gegenteil vom deutschen System. Also wir haben ja die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg gezogen. Der Präsident darf nicht stark sein. Er soll nicht direkt vom Volk gewählt werden, so wie es in der Weimarer Republik war. Und de Gaulle dreht sozusagen es genau in diese Richtung. Ganz starker Präsident. Und ja, da nutzt er den Schwung des Antats, um das durchzudrücken. Und es gibt trotzdem sehr viel Kritik. Der Staat soll ja auch in Frankreich damals, soll ja auf drei Gewalten basieren. Rechtsprechung, Parlament und Exekutiv und Regierung. Und der Präsident hebt sich deutlich über alle, kann ja auch die Richter ernennen, wie er möchte. Und kann das Parlament auflösen, wie er möchte. Damals ist er auch noch Herr über Leben und Tod mit der Todesstrafe. Er ist Herr über die Todesstrafe, weil wir müssen noch erklären, was aus den Attentätern wird. Ja. Die werden bald verhaftet. Vier davon werden zum Tode verurteilt. Drei werden begnadigt. Aber der Rädelsführer, der Bastien Thierry, der wird hingerichtet. Auch auf ausdrücklichen Wunsch von Charles de Gaulle. Und er ist der letzte Franzose, der in Frankreich von einem Erschießungspelotant hingerichtet wird. 63. Das ist die Strafe für Verräter in der Armee. De Gaulle tritt hier als General da auf, als Oberbefehlshaber der Truppen. Und ahndet das eben, wie man das früher gemacht hat, bei Befehlsverweigerern. Ja, da ist er gnadenlos. Damit können wir eigentlich einen Schlussstrich ziehen. Also die Algerien-Krise ist abgewickelt. Ist ein Ende mit Schrecken, aber es ist vorbei. Die OAS ist eigentlich besiegt. Charles de Gaulle hat all diese Befugnisse, die er immer wollte. Er hat seine eigene Republik gegründet. Und er bleibt dann ja noch auch ein paar Jahre an der Macht. Und es sind ja relativ stabile Jahre. Und da finde ich sein Ende, sein politisches Ende sehr bezeichnend. Weil er ja 69 ein Referendum verliert. Und da sagt er, okay, ich habe da irgendwie den Rückhalt im Volk verloren. Und dann tritt er ab, freiwillig. Ja, der Literatur-Nobelpreisträger und sein großer Freund François Mouriac, ganz wichtiger Publizist damals auch, hat dafür den Satz gefunden. Es war Selbstmord inmitten des reinsten Glücks. Ja, weil die 68er-Krise war irgendwie überstanden. Und man segelte wieder friedlicheren Zeiten entgegen. Deutsch-Französische Aussöhnung war gut vorangekommen. Aber de Gaulle tritt plötzlich ab. Es ist ein bisschen geschönt gewesen, weil 68, die Mai-Unruhen der Studierenden haben schon gezeigt, hat de Gaulle als Vatermann des Militärs gesagt, warum eigentlich nicht das Militär diese Studierenden da mal wieder zur Raison prügelt oder schießt oder so. Also da hat man schon gemerkt, dass er nicht mehr so ganz auf der Höhe der Zeit ist. Und er geht dann aber tatsächlich noch unter großem Anteil der Bevölkerung und eigentlich in allen Ehren, muss man sagen. Und er stirbt bald darauf, schon im Jahr nach seinem Abschied aus der Politik. Nils, wie würdest du zum Ende dieser Folge Charles de Gaulle auf den Punkt bringen? Es schwirren ja so eine ganze Menge Label durch die Luft, die man ihm aufkleben könnte. Ist er ein autoritärer Populist? Ist er ein republikanischer Monarch? Ist er ein verhinderter Militärdiktator? Wie siehst du das? Ich denke, er ist vor allem ein Medienphänomen. Er hat uns gezeigt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, was Massenmedien vermögen, auch im Hinblick auf die Errichtung einer Demokratie, Formierung einer bürgerlichen Öffentlichkeit. Er hat erst die Artikel und Bücher geschrieben, dann diese Radioansprachen von der BBC, die sein Image und seinen Platz in der Geschichte zementiert haben. Und später die Fernsehansprachen und Pressekonferenzen, die im Fernsehen übertragen wurden, hat er es geschafft, Frankreich noch mal ganz neu zu modernisieren und zu versöhnen mit einer Politik, die sich nicht nur im parteipolitischen Klein-Klein aufhält, aber auch eben nicht nur den Willen einer Person repräsentiert, sondern dass man tatsächlich so eine politisierte Zivilgesellschaft bekommt. Das ist schon sein Vermächtnis. Aber ein Sympath war er nicht. Sei ehrlich. Ein Sympath war er nicht. Ich bin da auch wieder vorbelastet. Meine Urgroßmutter, die Mutter meiner französischen Großmutter, hatte ein Claim to Fame in ihrem Leben, eine Anekdote, die sie immer wieder erzählt hat. Charles de Gaulle hält eine Rede auf dem Marktplatz ihrer Stadt, ihrer Heimatstadt Osch im Gers in Südfrankreich. Und meine Urgroßmutter geht da hin mit schönen reifen Tomaten aus dem Garten und zielt, zielt auf den Präsidenten. Und hat sie getroffen. Überzeugte Kommunistin. Ich glaube nicht, sie war sehr klein. Aber das war auf jeden Fall, gehörte das so, diesem etwas pompösen Menschen ein bisschen die Luft rauszulassen und den Volkstorn spüren zu lassen. Das heißt, er war doch weit weg auch von den Menschen. Das muss man sagen. Auch in Algerien zeigt ja, er hat sich weder für die Menschen in Algerien, weder für die Araber, die Berber, noch für die Franzosen wirklich interessiert. Es war ihm scheißegal. Und er schwebt dann so ein bisschen über den Wassern. Und das war dieser Politikstil von damals, der zum Glück dann abgelöst wurde durch nahbarere Politiker. Aber er war jetzt auch jemand, der jetzt keine engen Freunde hatte, sicher ein Familienmann. Wir haben einen Zeitzeugen, der immer noch lebt, Georg Stephan Troller. Ich höre da auch unseren Podcast, der ihn erlebt hat bei der Unterzeichnung des Elysée-Vertrags. Schöne Größe. Auf jeden Fall. Er ist sehr gut drauf. Und er sich gut daran erinnert, wie er bei dieser Unterzeichnungszeremonie da war mit seinem Tonband. Und dann hinterher noch ein kleines O-Ton, kleines Interview führen wollte mit dem Präsidenten. Und er schiebt ihn mit seinen langen Armen so weg, so völlig entgeistert, dass ihm da irgendjemand, auch am besten so ein Journalist, sich da nähert. Sondern er macht da so große Bewegungen, dass man ihm den Weg freimachen soll. Also so ein richtiger Menschenfänger in dem Sinne, also jetzt im Nahkontakt, im analogen Kontakt, nicht über Medien vermittelt. Das war er nicht. Das deckt sich mit dem, was ich so in der Literatur gefunden habe. Also er hat sich mit Winston Churchill in dieser Londoner Zeit immer unglaublich gefetzt. Er hat sogar einmal in 10 Downing Street einen Stuhl zertrümmert vor Wut. Und das fand ich auch besonders schön, jemand hat geschrieben, es war für ihn physisch unmöglich einzugestehen, dass er falsch lag. Und er hat immer erstmal Nein gesagt. Das war so eine Strategie von ihm. Also alles sehr sperrig. Aber irgendwo hatte er doch auch ein Herz. Ja, er hatte natürlich im Privaten. Seine eine Tochter wurde diagnostiziert mit dem Down-Syndrom. In der damaligen Zeit hatten es ja solcherlei eingeschränkte Menschen schwer. Und de Gaulle hat das immer akzeptiert und hat sich immer zeitlebens um diese Tochter gekümmert und sich viel Zeit genommen dafür. Also es gibt durchaus ganz bewundernswerte und tolle Aspekte an ihm. Ja, und auch damals, 1940, wir haben es vorhin gehört, einfach diese Wette einzugehen und sagen, wir machen das so nicht, wir stellen uns gegen die Nazis. Es hat ihn niemals dazu aufgefordert. Es war unheimlich riskant. Aber wenn er es nicht gemacht hätte, wäre die Geschichte des 20. Jahrhunderts in Frankreich viel, viel düsterer ausgefallen. Also ich finde, da habe ich höchsten Respekt davor. Ohne ihn wäre wirklich die Geschichte anders verlaufen. Nicht nur im Zweiten Weltkrieg, sondern auch danach, wie wir ja heute gehört haben. Weil dieses Frankreich, diese Fünfte Republik ist ja seine Schöpfung. Ich habe mir bei der Vorbereitung auch ein bisschen Fotos angeguckt von Emmanuel Macron. Ich wollte mal so ein bisschen das Gefühl dazu bekommen. Und auf seinem offiziellen Foto aus dem Élysée-Palast, das habe ich nicht erkannt, das habe ich dann gelesen, Da liegen aufgeschlagen auf dem Schreibtisch die Kriegsmemoiren von Charles de Gaulle. Steckt eventuell ein bisschen Charles de Gaulle auch in Emmanuel Macron? In einem Punkt auf jeden Fall ist es nämlich, dass er sich von den Parteien emanzipiert hat und seine eigene Bewegung gegründet hat. Anderen Elementen natürlich gar nicht. Also Macron ist ungefähr der sympathischste Mensch auf dem Erdball. Jeder ist sofort sein bester Freund. Hast du ihn mal getroffen? Ja, ja, ich habe ihn mehrfach getroffen. Man will ihn direkt zum besten Freund und Mitbewohner haben. Also das ist irgendwie, das geht allen so. Alle französischen Nationalspieler sind seine super Freunde und sowas. Nur, es erschöpft sich halt, wenn du das nicht ummünzen kannst, auch in eine Partei, in eine Regierung, in ein Team, würde man vielleicht modern sagen, das dich da eben auch trägt. Aber persönlich sind sie zum Glück ganz unterschiedlich. Hättest du Charles de Gaulle mal gern kennengelernt? Ehrliche Antwort. Ja, ich glaube, ich hätte dann aus Familietradition hätte ich auch Tomaten werfen müssen. Und du hättest getroffen, nehme ich an. Nee, ich bin ein sehr schlechter Werfen. Was bisher geschah, ist eine Produktion von Wondery und One Pot Wonder. Wir sind Joachim Telgenbüscher und Nils Minkmar. Samuel Ried hat bei der Recherche unterstützt. Für One Pot Wonder, Redaktion Lukas Sam Schreiber, Sound, Design und Video, Vince Oliver und Tim Kleikamp, Online-Redaktion Melissa Wolf. Für Wondery, Series-Producer Simone Terbrack, Executive-Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis. in den nächsten Penner spielte dice. Für Wondery, Snake, Florian Linden, Vielen Dank.